So. Nein. Kater. Ich muss nicht mal erdrücken dafür, einfach gegenlaufen. Ja. Yeah, und jetzt wird's dunkel. Oh mein Gott. Geheimer Geheimgang. Es ist dunkel und wir haben eine Taschenlampe. Hm. Ratten. Ähm. Feuer. Feuer ist cool. Voll dämlich Feuer. Ich mag das Feuer überhaupt nicht. Die Lampe ist so das dümmste Item überhaupt. Ach, aber hier am Anfang ganz praktisch. Ja, aber man braucht die Lampe ansonsten nie wieder. Ja. Ja, ja. Ja, da soll man direkt am Anfang so die Übersachen kriegen oder so. Ja, wieso nicht? Ja, am Anfang muss man also die schwachen Sachen kriegen. Das ist ja klar. Das wichtigste Item ist immer noch der Pegasus Stiefel. Ach, damit man so rennt, ne? Genau. Oh, das ist toll. Ja, da geht alles ein bisschen fixer. Oh, wer von euch dummen Viechern nach dem Schlüssel kommt, ey. Brauche ich überhaupt einen Schlüssel? Ja. Oder hier drin? Oh. Aber da, da. Und wieder dunkel. Oh ja, und die Ratten kommen gar nicht ins Wasser, oder? Ich glaube, so war das. Äh, keine Ahnung. Viel zu viele Ratten. Wir nehmen schon 16 Minuten auf, oder so. Wir sind schon im zweiten Part. Ja, wir übernehmen, und so. Jetzt hat ihr aber ein Gegner den Schlüssel, lasst bei sich. Okay. Ich glaube, es war eine Ratte. Oder einfach der letzte Gegner. Ich weiß es nicht. Weiß auch nicht. Entweder es war die Ratte, oder es war der letzte Gegner. Es war die Ratte. Ratte auf Doom. Da, 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 da. Oh, das würde ich gerne durch. Das sind so viele schöne Sachen hinterher, glaube ich. Hauptsache wieder Licht. Oh ja. Ach, wir sind jetzt am Ende, da war. Gleich. Ja. Oh mein Gott, wie geht das nur? Oh Gott. Anspruchsvoll. Hm. Ein paar Ratten. Komm, die bringe ich alle um. Oder die mich. Äh. Ja. Die könnten echt mal in dem Schloss ein bisschen aufräumen, weil Ratte im Schloss sollt nicht vorkommen haben. Ach was. Halbes Herz. Ich schaff das. Die noch. Immer ein roter Robin. Wir sind reich. Oh Gott. Welcher war der Richtige? Wenn ich den falsch mache, bin ich sowas von gearscht. Den ganzen Schlangen kriege ich nie tot. Also ich würde ja gerne jetzt, schlapp links, ist richtig, oder? Ich könnte ja auch in Safe State setzen, ne? Ach, ne, das ist so langweilig. Ich glaube, rechts war der Falsch und links war der Richtige. Ich glaube ich. Ah! Was falsch? Oh Gott. Sind die noch da? Ja. Die halten zwei Schläge aus. Vielleicht ist aber auch immer falsch. Ne, ne, ne. Was? Ne. Ich dachte, das wäre echt links. Das ist mir jetzt dumm. Da sind ganz viele Herzen. Oh yeah, ich bin wieder voll. Ey, danke, danke. Dir bin ich jetzt wieder voll. Ja, sehe schon. Das war, äh, Mai, äh, wollte ich so, ne? Und so. Okay, und jetzt sind wir am Ziel. Yeah. Das wär's gewesen für, äh, quasi Dungeon 1. Ja. Das Geblabert drück ich mal alles weg, ne? Du bist so lesefaul. Ja. Es gibt bestimmte Haufen Menschen, die das sehr interessieren würde, wie du das vorlegst. Keine Sorge, suche den Dorfältesten zufrieden. Uhuhu. Hast du aber Mühe gegriffen? Herzcontainer, yeah. Das war echt wie ein Dungeon jetzt. Ja, sag ich doch. Das war's, äh. Ja, ja, keine Ahnung. Vorab Dungeon. Friedhof. Ne, doch nicht Friedhof. Wo ist denn der Friedhof? Puh, keine Ahnung. Oh, Friedhof. Bam, bam. Wo ist mit nachlegen's? Na, ich gehst mir hier rein. Okay. Oh my God, es ist ein Loch. Müsste ne Feenquelle sein. Oh yeah. Ja, die hast du nötig. Ich war voll. Ja, ich weiß. Och man, die magische Energie fehlt mir natürlich nicht auf, ist klar. Das ist dumm. Hat er jetzt voll gebracht und so, ne? Nichts nutzige Fee. Wo muss ich denn hin? Schaut nach links, oder? Wo ist Karte da? Du musst du nach Kakariko, oder? Ah ja, genau. Ach, das ist toll an dem Spiel. Es wird dann angezeigt, wo man hin muss. Toll. Also nach links, nach Kakariko. So weit wusste ich das aber auch noch so. Hm. Die Wache ignorieren wir mal gekonnt. Die auch. Geh jeden Kampf aus dem Weg. Die sehen uns aber auch nicht. Wir laufen direkt vor den Heer und die sehen uns sicher. Die natürlich schon. Hm. Wie weit muss ich nach links? Ein bisschen noch. Ja. Und du willst ja das wirklich antun, bei diesem Spiel mit dabei zu sein. Hey, ich bin total motiviert. Dann ist das Dorfälteste. Hm. Keine Ahnung. Wir müssen den Ältesten finden, oder? Ja, ich glaube, schon der Mist links neben dran sind. Kann das sein? Die labert mir ja echt zu viel. Ah, ja. Hm. Eigentlich das Kreuz. Klar, hier. Hä? Nee, nee, dran. Nee, nee, dran. Ich glaube, ich bin einem Kleiner. G immer denn, das Bunkerteile. Wo? Nee, wir im Haus. Nee, wir im Haus. Nee, wir im Haus. Ach, da. Hey, Markus. Dieses Haus war früher das Versteck einer Liebesbande. Und ich lese es sogar mal vor. Die Arbe des Anführers ... Punkt, Punkt, Punkt. Hm. Ach, ja. Blind hieß er. Und? Und haste grelles Licht über alles. Okay, das müssen wir uns merken für den... Wie viel Dungeon? Boah, keine Ahnung. Aber du weißt, wer ich nicht meine, oder? Ich würde lügen, wenn ich jetzt ja sage. Der genau hier ist, nur in der Schattenwelt. Ah, okay. Alter, massig Ruhe. Jetzt muss ich mein Gehirn mal anschalten. Oh Gott. Ich mach bloß nichts verkehrt. Überall sind diese Risse, man. Das ist total unfair, wenn man noch keine Bombe hat. Ja, ne? Oh yeah, eine Tour. Und noch eine. Und die anderen beiden Hohemanns auch noch, ist doch klar. Das müsste jetzt wieder normal sein, oder? Ich glaube, ja. Das ist aber nur Rubine drin, oder? Ich glaube nicht. Nicht? Warum? Was gibt's denn? Ich weiß es gerade nicht. Denkst du nicht? Oh, ich dachte, du kennst dich außen im Spiel. Ach, geht. Rubine, sag ich doch. Aber dafür viele Rubine. Ja. So, mussten wir hier hin? Nein, das Kreuz zeigt eindeutig auf den Teil vom Haus, wo diese alte Schachtel drin ist. Hm. Die da. Oder ist hier irgendwas? Was schwätzt du nochmal an? Vielleicht hat sie ja irgendwann was zu erzählen. Wie? Oh, du bist es, Markus. Was kann eine alte Frau wie ich für dich tun? Wer der Dorfälteste seit die Entführungen anfing, hat ihn niemand mehr gesehen. Was? Das Master-Schwert? Nun, ich kann mich nicht genau erinnern. Aber vor lange Zeit bewohnte ein Volk bekannt als die Hylia dieses Land. Aha, Hylia heißt es also. Hm. Was war das? Bei dem Wacker den fast, egal. Äh, keine Ahnung. Die Legende. Ja, lest du nur vor, ich will shit unterbreche. Die Legende erzählt von magischen Schätzen aus dem Zeitalter der Hylia. Oh yeah. Das Master-Spiel. Eine mächtige Klinge erschaffen, um jene mit umreinem Herzen zu bezwingen. Ist einer davon, man sagt, dass es bis heute im grünen Herzen der Wälder ruht. Verstehst du die Legende? Aber natürlich, auf jeden Fall musst du Dorfältesten finden. Äh. Okay, irgendeinem Dorf weiß, wo der Dorfälteste ist. Weißt du, wer es ist? Äh, nein. Komm hier, wo ist der Dorfälteste? Ich verbrenne die erstmal. Äh, die hauen alle vor dir ab. Äh, der hat die Wachen gerufen. Ja, das ist am Anfang so. Ey, wie scheiße. Hier, du, du, du. Flaschen, ja. Der verkauft in der Flasche, ja. Oh, coole Sache, ich will eine 100 Rubine, hab ich sogar. Coole Sache. Ja, das finde ich jetzt mal cool. Da, da, da. Ich hab dich doch eigentlich angesprochen. Ich wollte gerade so, ich schwärze am besten Kenner davon an. Weil hier unten links nicht irgendwas? Ja, bomben, toll. Bühner? Hier, du, du, du. Hm. Hallo, Markus, wer, der alte Kerl, du meinst wohl den Dorfältesten? Gut, ich sag dir, aber verrate es nicht den, äh, Bösewichten. Geil, ich hab den richtigen angesprochen, ich bin gut, wa? Aber er verrate es nicht den Bösewichten. Hm. Er versteckt sich in einem Haus nahe des Ostpalastes. Okay. Ah, ich weiß, wo er ist. Hm, ich markiere den Ort. Ach, klar, ähm, der Ostpalast ist der Dungeon hier, der erste. Hier ganz rechts, da. Weißt du noch, da? Erinnerst du dich? Äh, äh, nein, aber ja, er ist das Dungeon und so. Äh, nö, wusste ich jetzt nicht mehr. Und links daneben ist dieser, ähm, Dorfälteste, der mir, oh Gott, was macht der? Der macht mir irgendwas, der gibt mir irgendeinen Item oder so. Irgendwas macht der, irgendwas, ähm, spezielles. Keine Ahnung. Irgendwas musste ja gut sein. Ja, die sind echt, äh, gut. Ja, die Wachen bemerken uns aber auch erst, wenn wir die berühren. Ja, das gibt es. Ja, okay, die bemerken uns auch so. Hm, die auch. Geh weg. Wo muss ich hin? Ach, hier ist eine Brücke. Okay. Bin jetzt hoch. Ich muss immer wieder auf die Karte gucken, weil ich mir das nicht merken kann. Äh, nach unten. Hm. Aber die Dinger sind scheiße. Die nerven richtig. Bist du noch da? Ich bin da, hallo. Okay, jo, erster Dungeon-Bereich. Oh yeah. Und hier ist der alte Knacker. Irgendwo. Ja? Irgendwo. Nee, hier vorne direkt, hier links müsste der Sinko kommen. Hier, Dizer, ich hab ihn gefunden. Oh yeah, Dizer, oh yeah. Oh yeah, Dorf, ey, das der und so. Ey, gibt uns jetzt Bomben? Das wär cool. Stimmt, das könnte sein. Ich bin Zaha, was? Zaha-s-ralla. Der Dorf, ey. Einer der sieben Weisen ist dein Vorfahre von mir. Oh, tatsächlich, es überrascht mich, dass ein so jünger Mann mich nach dem heiligen Bandschwerst sucht. Markus, nicht eben ist es erlaubt, diese Klinge zu führen. Die Legenden berichten von einem Helden, der die drei Amulette errungen hat. Ach ja, ich muss jetzt die drei Amulette finden, ne? Total. Dann geht's in die Schadewälder und so, ne? Total vergessen, alter. Amulette errungen hat, äh, wünschst du wahrhaftig, es zu finden? Äh, nun, äh, nun, äh, also, äh, selbstverständlich hier. Gut, dann versuche das Amulett des Mutes aus dem Ostpalast zu holen. Dafür bin ich hier. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich mit meiner Weisheit dir teilen. Doch geht zum Palast, der gibt uns gar nicht so ein Scheiß-Asi. Hm. Ja, aber voll egal, voll egal, voll egale Belohnung, ey. Wir sollen ihm das Amulett bringen, dafür labert er uns voll. Geile Belohnung. Wo gibt's denn die Bombe? Gibt's die in dem Dungeon? Boah, ich hab keine Ahnung, aber ich hoffe, die gibt's bald, alter. Ich will die haben. Ich glaub schon, dass die in dem Dungeon gibt. Wollen die umbringen? Jo. Jo. BÄM. Stirb. Also ich mag ja die Gegner, die auf einen Schlag tot sind. Das sind die besten Gegner im Spiel. Ähm, bin ich denn beim Palast? Hier, gehst du da? Ja, müsstest du. Herr Schab, hier, hier sieht doch gut aus. Oh yeah, Palast, oh yeah. Dum, dum, dum. Level Nummer 1. Ostpalast, oh yeah. U almost es ist mir doch wohl doch sein, O Sahel meiner Soraadia. Ugiehab 않 да?